Die Kommunistische Partei Russlands KPR mit dem Zusatz für Bolschewiki war der Name der Kommunistischen Partei in Russland zwischen 1918 und 1925. Sie ging aus der Fraktion der Bolschewiki unter Lenin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands hervor. Nach der Spaltung der Partei in zwei Lager auf dem Parteitag 1903, den Bolschewiki und Mensheviki nannte sich die Fraktion Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, RSDAP. Die Fraktion konstituierte sich 1912 als eigenständige Partei. Nach der Oktoberrevolution 1917 benannten sich die Bolschewiki 1918 in Kommunistische Partei Russlands um. 1925 wurde die Partei in Kommunistische Allunionspartei umbenannt. Seit 1952 nannte sich die Partei Kommunistische Partei der Sowjetunion.